Eine Neuordnung muss her. Aus diesem Grund trennt sich der Axel Springer Verlag mit sofortiger Wirkung von seinen amtierenden Chefredakteuren Johannes Bouilly, Klaus Strunz und Alexandra Würzbach. Die Nachfolge steht bereits fest. Die frühere Bild am Sonntag Chefin Marion Horn wird die neue Vorsitzende der Chefredaktion der Bild-Gruppe. Robert Schneider soll ab 17. April der Bild-Chefredakteur werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Horn die gesamte Verantwortung. Damit besteht die Führungsetage künftig nur mehr aus zwei statt bislang vier Personen. In einer Aussendung heißt es, dass die Neuordnung die bildjournalistischen und strategischen Weiterentwicklungen mit starkem Boulevardprofil positionieren und den digitalen Wandel aktiv vorantreiben.